Berlin ist ja schräger Stadt und mir war schon aufgefallen, früher schon, dass eigentlich sehr wenig schräger überhaupt gab hier in Berlin und meine Begeisterung für das Stück rührt lange her aus meiner allerersten Zeit in der Hamburgischen Staatsoper, als wo ich noch als Repetitor war und ich habe mich durch dieses Stück durchgearbeitet mit den Sängern damals, das war so Ende der 80er und seitdem lässt mich eigentlich dieses Stück nicht mehr los und ich bin wahnsinnig froh, dass wir das tatsächlich hier jetzt machen können. Ich weiß, dass von dir das immer ein großes Wunschstück war, der Schatzgräber und insofern würde ich sagen, der Impuls kam von Marc und ich habe den sehr gerne auch aufgenommen. Es geht um einen großen Träumer, für mich ist der Schatzgräber ein Träumer, der eine Vision hat, wie er sinnvoll sein Leben gestalten kann und wie er sinnvoll eine Rolle findet im Leben, wo er sich eigentlich so wie als Wohltäter sieht. Er sucht eigentlich nicht das Glück, sondern er sucht das Unglück anderer, um diese Menschen dann glücklich zu machen und trifft auf eine Träumerin, die vielleicht realistischer zu Werke geht, die Els. Sie träumt von so einem sozialen Aufstieg und er manifestiert sich darin, dass sie Juwelen sammelt und weil sie einfach aus der unteren Schicht stammt, geht sie auch die Wege, dass sie Männer morden lässt, die ihr gestohlenen Schmuck besorgen. Ich habe ja hier so einen persönlichen Zyklus einer Deutschen Oper Berlin mit diesen so interessanten Frauenfiguren, die im Mittelpunkt einer Oper stehen und wo Heliane natürlich den Anfang gemacht hat und das ging dann weiter über Francesca da Rimini, die ja auch sehr obskure Fantasien hat, wie sich Liebe gestalten lässt. Und die Els ist, die geht eigentlich noch mal so einen Schritt weiter. Also sie ist eigentlich wie eine Kreuzung von so einer bodenständigen Gestalt wie der Marie im Wozzeck, die ja auch irgendwie sich freut, wenn sie die Juwelen geschenkt bekommt vom Tambor-Major und Mordgelüsten einer Lady Macbeth von Zinsk. Also die sich eigentlich rächen will dafür, dass sie spürt, dass sie auch ein reines so Begierdeobjekt für die ganzen Männer ist. Ja, würde ich auch so sehen. Ist auch immer besonders mit Christoph, das mache ich sonst eigentlich nicht, aber dieses, dass wir die Proben gemeinsam machen, die szenischen Proben, die musikalischen Proben. Es gibt eigentlich keine Probe, die wir nicht gemeinsam arbeiten an demselben Ziel. Und Ausgangspunkt würde ich auch genau bestätigen, für mich in der Musik ist auch einfach der Text. Man muss am Text, am Puls, am Herzschlag des Textes, der dramaturgischen Situation, dass man einfach genau guckt, okay, wie kriegen wir es jetzt eigentlich wirklich so scharf und so deutlich und so klar. Und da muss man die Tempi auch dementsprechend anpassen und gucken, wo sind wir genau. Und das ist natürlich auch sehr spannend und nimmt wahnsinnig viel Zeit und ist aber sehr, sehr lohnend. Und es ist gerade speziell für diesen Stil unerlässlich, dass man da wirklich am Text ist und nicht nur an der Musik. Achtung K Ironpa M69 St. Langa M чтоб Sann woof St. Langa M którzy St. Langa M habila